Guten Morgen, der liebe Alexander hat mir mal eine Flasche destilliertes Wasser zum Kosten geschickt und in dem Zuge habe ich mal recherchiert wie das nun eigentlich ist mit dem destillierten Wasser. Darf man das trinken? Ist es nicht gefährlich? Oder ist es gesund? Ich habe natürlich das Video mitlaufen lassen als ich das erste mal destilliertes Wasser getrunken habe und was dabei rausgekommen ist, das zeige ich Euch gleich, aber vor dem Trinken habe ich mir schlau gemacht, ob das Trinken von destilliertem Wasser nun wirklich gefährlich ist. Denn mein Chemielehrer hat mir gesagt, wenn Du destilliertes Wasser trinkst, dann platzen die Zellen und Du stirbst. Das ist auch durchaus nicht inkorrekt der Sache wegen, wenn man das in vitro ausprobiert. Denn Zellmembranen sind halb durchlässig, sie lassen die Wassermoleküle durch, aber Salz und Zuckermoleküle bleiben vor der Zelle, da ja immer ein Konzentrationsausgleich angestrebt wird und entsprechend strömt das Wasser immer dahin wo z.B. eine höhere Salzkonzentration ist. Wenn man nun destilliertes Wasser an eine Zelle heranführt und das Wasser an sich keine Mineralien hat, die dafür sorgen, dass nicht das gesamte Wasser in die Zelle strömt, sondern auch außen vor bleibt, fließt das Wasser um die Konzentration auszugleichen in die Zelle hinein, da ja in der Zelle Salz und Zuckermoleküle existieren, die quasi so lange verwässert werden bis die Konzentration außerhalb der Zelle hergestellt wird, die ja kein Salz und Zuckermoleküle enthält. Auf gut Deutsch, die Zelle wird immer mehr aufgepumpt und da keine Mineralien außerhalb sind, platzen die Zellen dann halt eben irgendwann und das gilt nicht nur für Körperzellen sondern auch für die Blutkörperchen. Das ist losgelöst im Reagenzglas also wirklich absolut todbringend für die Zellen. Aber das ist ja oft die Problematik bei den Analysen bezüglich der menschlichen Gesundheit. Denn wenn wir destilliertes Wasser trinken, vermengt sich dieses Wasser mit den Nährstoffen der aufgenommenen Nahrung und den mineralischen Bestandteilen der Magensäure. Dann hat man quasi wieder mineralisches Wasser und kann dieses wie auch viele Menschen zeigen lange nehmen und relativ problemlos trinken. Aber ist das auch gesund? Kommen wir gleich dazu erstmal das Video wie ich das erste Mal in meinem Leben destilliertes Wasser trinke. Hallo. Ich habe von einem was geschickt bekommen und zwar von Alexander und er hat destilliertes Wasser hergestellt und er wollte mal dass ich destilliertes Wasser koste. Weil bisher ist mir destilliertes Wasser nur in Erinnerung vom Chemieunterricht. Auf keinen Fall trinken ist total gefährlich. Aber das habe ich ja schon bei Marlon von RawFutureTV gesehen, dass er was auch trinkt. Und Alexander hat mir nochmal so gezeigt was dann so nach dem Destillieren da übrig bleibt in dem Wasser. Und das sah nicht so geil aus. Deswegen werde ich mich jetzt hier live vor der Kamera umbringen. Zumindest wenn man davon ausgeht, das sind eigene Glaubenssätze. Weil meine Glaubenssätze, ich habe gelernt, destilliertes Wasser soll man nicht trinken, davon stirbt man. So und das ist das was ich gelernt habe und entsprechend handle ich nicht jetzt, sondern ich glaube einfach mal den Marlon und den Alexander und all denjenigen, die sagen Mensch destilliertes Wasser kann man auch trinken. Und das probiere ich jetzt und dann will ich sehen ob es einen Unterschied gibt zu normalem Wasser. Oder ob das jetzt nicht so signifikant ist. Ihr seid live dabei. So ich wollte sagen das stinkt ein bisschen, aber das sind meine Hände ich komme gerade aus dem Garten. Okay. Dann bin ich mal gespannt ob es da einen Unterschied gibt. Also ich muss sagen es schmeckt mir nicht besser als das Wasser was ich jetzt durch den Filter gejagt habe. Es schmeckt bitterer. Es schmeckt definitiv bitterer. Obwohl es eigentlich gar nichts mehr schmecken darf. Also ich kenne den normalen Leitungswassergeschmack, ich kenne Akala Geschmack und den Geschmack vom BWT Filter. Und die lassen sich auch 3 relativ gut voneinander unterscheiden. Und das hier ist halt bitterer als BWT. Also beim BWT Filter ist das geschmacksloseste Wasser was ich kenne. Und mit dem Akala ist das Wasser was mir am besten schmeckt. Und das destillierte Wasser jetzt hier schmeckt irgendwie ein bisschen bitter. Also wenn wir immer noch über Wassergeschmack reden ist das immer nicht so krass. Also das sind leichte Nuancen und das hat eine leichte bittere Nuance. Komischerweise, weil destilliert heißt ja eigentlich gar nichts mehr. Aber wer es ganz total geschmacksneutral mag, da muss ich sagen BWT. Und hier das destillierte Wasser reißt mich nicht vom Hocker, muss ich einfach so sagen. Und was natürlich schön ist am destillierten Wasser oder was dafür spricht ist, wenn man mal die Bilder sieht, was nach dem destillierten Wasser übrig bleibt, was in dem Wasser war und der Alexander hat auch gemeint das riecht ganz schön streng, naja dann ist vielleicht der Geschmack sekundär und man entscheidet sich trotzdem für destilliertes Wasser. Aber rein geschmacklich muss ich ganz ehrlich sagen schmeckt mir das Wasser vom Acala am besten, BWT am zweitbesten, das auf einer Stufe ungefähr mit meinem Leitungswasser. Jedes Leitungswasser ist ja auch unterschiedlich. Und das ist so die Rangfolge. Also das ist mein Statement zu destillierten Wasser. Aber danke Alexander, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast das Wasser zu testen und alles klar. Machts gut. Also der Alexander hat mir dann auch noch ein Bild geschickt was nach der Destillation an übelriechenden Resten aus dem Wasser gezogen wurde und instinktiv erwischt man sich wie man dann auch destilliertes reines Wasser selber trinken möchte. Aber dabei rutscht man meiner Meinung nach in ein falsches Ideal ab. Die Reinheit und den Purismus. Wir sind nicht rein, wir sind eine unglaublich große Ansammlung an Stoffen die man losgelöst teilweise als nicht notwendig oder als Rester definieren würde. Ich bin der Überzeugung, dass wir Menschen gerne sehr sehr viel wissen wollen und ständig Theorien aufstellen, genau wie das destilliertes Wasser schädlich sei, weil wir das Zellplatzen im Reagenzglas beobachtet haben. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass die Mineralisierung des Wassers noch etwas Natürliches ist. Aber dann kommt der Punkt der Pestizide, Herbizide, dem zugesetzten Chlor, den Medikamentenrückstände und den Schwermetallen. Und dann ist die Frage, kann ich auf die Mineralien verzichten, da ich ja mit der Nahrung genug davon aufnehme, die dann auch das destillierte Wasser verdünnen und damit diese für die Menschen meist definitiv als unerwünscht geltende Sachen auch abhalten in meinen Körper zu gelangen. Das sind auch die Argumentationen im Netz von den Nutzern eines Destilliergerätes. Aber das Problem ist, dass viele synthetische Chemikalen wie Pestizide, Chlor, Herbizide einen niedrigeren Siedepunkt als Wasser haben. Und da die Destillation ja nichts anderes ist, als dass man Wasser kocht und den Dampf wieder auffängt, kann man zwar Schwermetalle wunderbar durch die Destillation lösen, aber die eben genannten Stoffe nicht. Daher ist es nicht die Frage ob man generell auf die Mineralien zugunsten der Schadstofffreiheit verzichtet, die ich eventuell sogar mit Ja beantwortet hätte. Sondern ob man die Mineralien zugunsten der Schwermetallfreiheit verzichtet. Ich bin da recht deutlich auf der Seite, dass ich dann lieber Spuren von Schwermetallen zu mir nehme, die ich ohnehin in einer natürlichen Ernährung zu mir nehme, als dass ich auf die Mineralien verzichte. Generell hat man schon an den Nervengiften Arsen und Selen entdeckt, dass sie zwar im Übermaß schädlich sind, aber in geringen Mengen sogar wichtig sind, sogar als essentiell angesehen werden. Das hat man jetzt bei Aluminium und Quecksilber zwar noch nicht herausgefunden oder wissenschaftlich bestätigen können, dass sie essenziell sind, aber man hat genau wie bei Arsen heute auch herausgefunden, dass ein Übermaß von Aluminium sehr schädlich ist und daher ist Aluminium und Quecksilber von der Gesellschaft stigmatisiert. Obwohl es nach meinem Bauchgefühl wahrscheinlich auch absolut essentiell für uns Menschen ist. Bei Aluminium hat man ja zumindest erkannt, dass es die Aktivierung des Adenylaktüglase und die Stimulierung der DNA Synthese vorantreibt. Bei Ziegen führt zum Beispiel Aluminiummangel sogar zu Fehlgeburten und Wachstumsverzögerungen. Das ist unter anderem auch im Buch von Herrn Dr. Leitzmann nachzulesen, der ja Vegetarier ist und auch was die Naturheilkunde angeht schon durchaus nicht abgeneigt ist und selbst der hat es dann gesagt Aluminium hat auch Sinn. Aber die Menschen haben es lieber einfach, gut und böse, schwarz und weiß. Aber ich denke jedes Element auf dieser Welt, auch Quecksilber hat eine Bedeutung für unseren Körper. Auch wenn unser aktueller Wissensstand da nicht immer mitzieht. Aber wie oft haben wir denn schon gedacht, dass wir alles wissen und das ist böse. Alles was wir tun müssen ist diese Elemente in ihrer natürlichen Form zu uns zu nehmen und die Umwelt möglichst naturnah sich selber zu überlassen. Das machen wir aber nicht und im Wasser sind hohe Dosen an Blödsinn enthalten, wofür wir auch verantwortlich sind. Aber meinem Empfinden nach reicht das nicht aus um auf die Mineralien des Wassers zu verzichten. Daher entscheide ich mich vom Bauchgefühl gegen destilliertes Wasser. Das spielt natürlich auch mit rein, dass es mir auch nicht schmeckt. Was aber in der Begründung warum ich mich dagegen entscheide nur sekundär eine Rolle spielt. Aber was ist Eure Meinung zum destillierten Wasser? Habt ihr es mal ausprobiert und wie würdet ihr die Abwägungen diesbezüglich vollziehen? Ich bin gespannt auf Eure Meinung. Wir sehen uns morgen. Machts gut Euer Christian. Tschüss.